Also, die Leute sagen, es sei ein Schneider in der Stadt, der die allerschönsten Kleider herstellen könne, die man sich nur vorstellen kann. Aber darüber hinaus sollen diese Kleider die Eigenschaft besitzen, nur denjenigen Menschen sichtbar zu sein, die nicht vollends dumm sind. Ein eurer Schneider. Er sucht und findet und bringt ihn mir unverzüglich. Sehr wohl. Eure Höchstlieblichkeit. Solche Kleider tragen, wären somit in der Lage, die Dummheit von der Klugheit einwandfrei zu trennen. Nein. Nein. Doch. Das sind ja vorzüglich gefährliche Kleider eines Kaisers würde ich aber unbedingt gar nicht mehr meine Großmutter ansehen. Kaiser Maximilian Ruzian Leander Jean-Philippe, der 42. Meuer Kaiser, schenkt euch die Plätze, auf denen ihr wohnst. Wir bezahlen. Herrlich. Ein herrliches Muster. Diese Farben. Wie raffiniert. Das Kaiserblau-Pack. Das Gültige chargiert. Gut, ich werde jetzt dem Kaiser über den Stand der Arbeit informieren. Der Kaiser hat nichts an. Euer Kaiser gibt jedem ein Geschick. Der Kaiser hat nichts an. Euer Kaiser schützt die Umwelt. Der Kaiser hat nichts an. Euer Kaiser will den Frieden. Der Kaiser hat nichts an. Euer Kaiser schützt die Umwelt. Der Kaiser hat nichts an. Euer Kaiser gibt jedem ein Geschick. Der Kaiser hat nichts an.